Und jetzt zu einem richtig erfolgreichen Teenager aus Oberfranken, Finn Flügel aus Hof. Der 15-Jährige ist ein absolutes Ausnahmetalent auf dem Kiteboard beim World Cup in Brasilien. Der wurde jetzt bei den Erwachsenen Dritter und damit hat sich der zweifache Junioren-Weltmeister für den letzten Weltcup in Katar qualifiziert. Bei den Sprüngen auch wirklich kein Wunder. Wir wünschen Finn natürlich auch dort dann viel Erfolg. Mama mia, das ist Akrobatik.